Herzlich Willkommen bei der Freien Wähler Landtagsfraktion. Ich bin hier mit meiner lieben Kollegin Kerstin Radler und wir wollen Ihnen einfach unsere Weihnachtswünsche übermitteln. Wir blicken auf ein sehr schwieriges Jahr zurück, wo wir alle gelitten haben, wo wir alle schwierige Stunden hatten und hoffen, dass das nächste Jahr wesentlich besser wird. Ja und für alle, die vielleicht noch skeptisch mit dem Impfen sind, ich hätte super Weihnachtsgeschenke, die für Sie. Lassen Sie sich doch impfen, Ihrer Familie zuliebe, Ihren Freunden zuliebe, weil Sie werden sicher überall vermisst. Frohe Weihnachtsfeiertage von der Freien Wähler Landtagsfraktion und ein glückliches neues Jahr 2022. Vor allem ein besseres und ein gesundes neues Jahr.